Wie wird das in der Regel getragen von anderen Ländern, von anderen Erdteilen, wo die Kohle immer noch abgebaut wird unter den unwürdigsten Bedingungen, wo unabgedeckte Lastzüge mitten durch Dörfer fahren, unter unohrenbetäubendem Lärm, die ganze Welt verhusen? Das heißt, das, was wir hier an Fortschritt erzielen können und auch hoffentlich werden, das darf nicht auf Dauer auf Kosten anderer Kulturen, anderer Länder und Erdteile gehen. Im März 2007 wurde die BI-Contra-Kohlekraftwerk gegründet, nachdem Trianel ein neues Kohlekraftwerk in Planung gegeben hatte. Wir haben mehrere Aktionen gemacht, ich zähle einfach mal Aktionen auf. Unterschriftensammlung mit der Zeit 12.314 Unterschriften dagegen. Dann hat der Thomas Mathe einen chemischen Versuch vor dem Lüner Rathaus gemacht, der gezeigt hat, wie Säure schnell aus diesem Kühlturm entweicht. Was ja leider seit Dezember letzten Jahres schon im Probebetrieb ist, obwohl es noch keine gültige erste Teilgenehmigung gibt, die es auch hoffentlich nie geben wird. Dann haben wir Informationsveranstaltungen gemacht im November 2007, wo 500 Lüner Bürger sich informieren konnten. Bürger informieren Bürger. Der Tagebau Hambach, der größte Tagebau in Europa, den langsam auffrisst. Jedes Jahr wird er gefällt und der Wald wird immer kleiner und kleiner. Okay, es geht los mit der Gedankenreise. Ich möchte euch bitten, stellt euch vor, ihr seid in diesem Hambacher Forst. Ihr steht da zwischen diesen großen alten Bäumen, zwischen den Eichen und den Buchen, die da schon seit zig Jahren rumstehen. Um euch herum zwitschern die Vögel. Unter euch ist das Laub. Vor euch krabbelt so ein kleiner Mistkäfer lang. Ihr seht so einen kleinen Regenwurm, der schlängelt sich über den Weg rüber. Ich bin verliebt in die Pflanzen, ich bin verliebt in die Tiere, ich bin verliebt in die Menschen. Und ich will, dass wir alle hier leben auf der Erde. Und deswegen muss ich diese Erde schützen. Und ich hoffe, das können wir zusammen machen. Deswegen, Reclaim Power, der Hambacher Forst wird bleiben. Applaus What do you want? Climate justice! When do you want it? Now! Wir sind hier und wir sind laut, weil man uns wie Wälder klaut. Hey, 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 scheiße, hey, scheiße. RWE betreibt sehr viele Atomkraftwerke in Deutschland. Und deshalb ist das so wichtig, dass man denen also auch immer wieder auf die Pelle rückt und denen sagt, dass wir das weiter nicht wollen. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Atomenergie beendet wird, schon alleine aus dem einen Grund, weil es keine Entsorgung gibt. Keinen Platz auf der Erde gibt es, wo wir den Atommüll hinbringen können. Und so viele Menschen erkranken an Krebs oder haben andere Erkrankungen, wo wir sagen, das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder hervorheben, dass die gesundheitlichen Folgen durch atomare Bedrohungen oder atomare Anlagen, wie zum Beispiel war hier in Hamm-Ütrop, ganz in der Nähe, ein Atomkraftwerk, was jetzt entsorgt wird, wo es sehr viele Störfälle gegeben hat und wo auch viele Kinder an Leukämie oder anderen Krebsformen erkrankt sind. Und deshalb fühle ich mich auch sehr verantwortlich, noch weiterhin gegen die atomare Bedrohung zu arbeiten. Und da spielt RWE eine ganz große Rolle, dass die Kohle genauso, nicht genauso, auch sehr gefährlich ist, weil sie eben auch so abgeräumt wird, wo sehr viel Land beschädigt wird und der CO2-Ausstoß bei Kohle ist ja auch nicht ohne. Und da spielt RWE eine ganz große Rolle. Also ich bin von dem Bündnis DEW Kommunal in Dortmund, also wir befinden uns hier im Westpark in Dortmund, das ist so ein alter, alter Innenstadtnauer Park, der auch sehr intensiv genutzt wird, wie man sieht. Ja, und DEW Kommunal ist so ein Bündnis, was es seit, aus Raten 2009, Anfang 2009 gibt, was zustande kam, um sozusagen vorzubereiten auf einen Termin, der Ende kommenden Jahres sein wird. Nämlich der 31.2014, da läuft dieser Gesellschaftsvertrag von dem örtlichen Versorger aus. Der örtliche Versorger, der nennt sich DEW 21, Dortmunder Energie und Wasser, glaube ich. 21 für 21 Zukunft. Und die Gesellschaftskonstruktion war auf 20 Jahre begrenzt. Das war eine kartellrechtliche Auflage und die läuft, wie gesagt, Ende kommenden Jahres aus. Und wir sind dafür, dass künftig das als reiner kommunaler Betrieb fortgeführt wird. Aktuell ist da immer noch RWE dabei mit 47 Prozent, sind auch an der Geschäftsleitung beteiligt und verdienen natürlich auch zusätzliches Geld dadurch, dass ein Großteil des Stroms den DEW an die Dortmunder und Dortmunderinnen verkauft, dass der aus deren Quellen ist, also aus deren Atomkraftwerken, Kohlenkraftwerken und so weiter. Wir bemühen uns, wie gesagt, einen politischen Druck auf den Stadtrat aufzubauen, denn es ist letztendlich der Rat der Stadt, der zunächst die Entscheidung zu treffen hat, machen wir weiter mit RWE oder nicht, machen wir es alleine unter Umständen. Und danach wäre dann noch das Kartellamt dran, zu prüfen, wenn die die Ehe mit RWE fortführen wollen, wäre das Kartellamt nochmal dran zu prüfen, ob die mit der Beteiligung einverstanden sind. Die Rechtsprechung gerade in der letzten Zeit sieht leider so aus, als würde in dem Fall auch eine weitere RWE-Beteiligung durchgehen. Also wir haben früher gedacht, das würde uns in die Hände spielen, dass das relativ kritisch gesehen wird, aber dadurch, dass RWE, so wie die anderen ja auch, einige Aktivitäten losgeschlagen haben, abgegeben haben, dadurch bewerte die Kartellbehörde heute solche Beteiligungen an kommunalen Versorgungsgesellschaften leider ein bisschen anders, also ein bisschen lockerer. Es könnte sein, dass kartellrechtlich die Beteiligung von der RWE auch weiter durchgeht. Aber gut, da hoffe ich gar nicht, dass wir da hinkommen. Also unser Wunsch ist natürlich, dass das komplett kommunal wird und da kann man immer noch beteiligen, ob sich Bürger dann an der Gesellschaft beteiligen können und wie man das hinkriegt. Ja, also es gibt schon weitere Überlegungen, die Bürger direkt einzubeziehen. Unsere Vorstellung ist einfach, weil wir der Meinung sind, Stromversorgung gehört genauso wie Wasserversorgung zu der allgemeinen Daseinsvorsorge. Das hat in den Händen von privaten nichts zu suchen. Und man muss sozusagen das auch als eine politische Angelegenheit begreifen. Deswegen ist es richtig, dass es ein kommunaler Träger erstmal ist. Wir können einfach die ganzen Ziele der Energiewende mit RWE im Boot nicht realisieren. RWE hat ganz andere Interessen. Die will möglichst viel Kohle aus diesem Betrieb rausziehen. Die will auch weiter ihren Scheißstrom verkaufen. Und deswegen ist das mit RWE an Bord nicht zu machen. Wir wollen eine dezentrale Versorgung, werden möglichst viel erneuerbarer. Aber wir wollen auch eine sozial akzeptable Preisgestaltung. Viele, inzwischen relativ viele Haushalte werden dort abgeschaltet, weil sie den Strom nicht mehr bezahlen können. Das darf nicht sein. Das ist einfach unsäglich. Und man muss sich also nachdem, dass ein kommunaler Betrieb wird, auch überlegen, wie man eine vernünftige Preisstaffelung hinbekommt, dass erstens Geringverdiener oder Leistungsempfänger den Strom billiger bekommen. Und ob man nicht möglicherweise auch so eine Staffelung entsprechend, sagen wir mal, den Pro-Kopf-Verbrauch einführt, sodass ein wenig Verbrauch belohnt und ein viel Verbrauch bestraft wird. Das wären so im Groben die Ziele. Und dass man einfach eine demokratische Einflussnahme auf die Stromversorgung hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017